Aszendentenrieten Ja! Ihr werdet an meinem Schild zerschellen! Wie, bitte? Der Held von Hellheim verlangt Zutritt zur Kammer? Ich weiß, ihr seid würdig. Ich gewähre euch eine Audienz bei Ejir. Ihr dürft eintreten, doch erwartet nicht, dass Ejir euch so schätzt wie ich. Findet euer Schicksal in der Kammer. Möge Ejir euch Flügel geben. Für Gelneas.